Der innovativste sein? Der beste? Der intelligenteste sein? Oder der mit der meisten Erfahrung sein? Diese Fragen stellen wir uns als führendes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen, das auf kundenorientiertes Wachstum und neue Technologien im Bereich Medizintechnik ausgerichtet ist. Wir stehen zum Standort Deutschland. Unser Team beherrscht die Prozesse, Dokumentationen und die Regularien, um die Zukunftsfähigkeit unseres Unternehmens noch weiter zu steigern. Mit Camera MedTech haben Sie einen Ansprechpartner, der Ihnen von der Konstruktion bis zum fertigen Produkt eine rasche und wirtschaftlich optimale Lösung bietet. Der Kunde steht bei uns immer im Mittelpunkt unseres Handelns. Unsere motivierten und hochqualifizierten Mitarbeiter sorgen dafür, dass jeder Auftrag präzise, schnell und flexibel fertiggestellt wird. Unsere Kunden sind unser höchstes Gut. Wir arbeiten mit Herz und Verstand und kümmern uns exklusiv um jeden einzelnen. Unsere Auftraggeber haben höchste Qualitätsansprüche und diesen werden wir bis zu 100 Prozent gerecht. Camera MedTech steht für Begeisterung, Individualität, Kompetenz und Kundenorientierung. Wir konstruieren mit Ihnen zusammen Ihre Produkte, optimieren und liefern zuverlässig und pünktlich in einer Qualitätsstufe, die Ihresgleichen sucht. Durch Erfahrung und Effizienz in allen Arbeitsbereichen garantieren wir dauerhafte Qualitätsstandards, welche durchgehend in unserer Produktion ISO-zertifiziert sind. Wir entwickeln uns stetig weiter und investieren in eine gemeinsame Zukunft in der Bodenseeregion. Kommen auch Sie zu Camera MedTech. Qualitätsstandards, welche durchgehend in der Dunkelheit Chor 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 Untertitelung des ZDF, 2020